Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 28. Juni 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1216. Und nach dem Riesensturm letzte Woche und deshalb dem Ausfall am Freitag, geht es heute ein bisschen später am Dienstag mit der neuen Woche los. Und zwar mit den folgenden Themen. Polestar 2, CS6, Twitter Notes, VW, Apple Music, Gerüchte, Toyota und Tesla. Ich starte gleich mal in die Neuigkeiten mit rein. Zum einen Polestar 2 war einer derjenigen, der Apple CarPlay angekündigt hat. Und zwar die Unterstützung an der WWDC. Damals war es die eben, dass es neue CarPlay, was Ende des nächsten Jahres kommen wird, ausspielen wird. Was aber Polestar schon im Frühjahr dieses Jahres gesagt hat, dass sie bald schon Apple CarPlay ausrollen werden. Nachdem Android automotiv nachgerüstet wurde, ist jetzt in diesem Monat, zumindest hat Polestar das via Twitter verlauten lassen, an die ersten Fahrzeuge Apple CarPlay ausgeliefert worden. Wer also ein iPhone hat und einen Polestar in der zweiten Version, der darf sich freuen. Heute gibt es noch mehr Content in Richtung des Autos. Aber zuerst mal was in Richtung Banken. Die CSX-App, die Credit Suisse-Banken-App, die kann endlich Apple Pay. Nachdem die Credit Suisse eigentlich die erste Bank war, die das Twitter-Konsortium gebrochen hat und die erste grosse Bank war, die Apple Pay in der Schweiz eingeführt hat, hat es lange, 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 lange gedauert, bis auch das digitale Geschäft, die digitale App oder die Erlösung von Credit Suisse, die CSX-App ab 26 Jahren, jetzt auch Apple Pay unterstützt. Übrigens im Vergleich zu Samsung Pay und zu Google Pay ist Apple Pay die einzige dieser Onboarding-Geschichten beim Wallet, welche es auch mit Hochkant-Kreditkarten aufnehmen kann. Da können sich die anderen beide noch eine Scheibe abschneiden. Dann gibt es Neuigkeiten von Twitter, nämlich Twitter Notes, früher auch mal Twitter Focus Mode oder Twitter Articles genannt. Ja, das ist oder wird aktuell getestet. Was ist das genau? Das ist fast wie ein kleines Blog. Einfach bei Twitter. Man kann ein Bild anhängen und ein bisschen mehr Text und das Ganze dann teilen. Na dann, wer darauf gewartet hat, kann jetzt loslegen. Weiter geht es wieder mit Apple CarPlay. Und dieses Mal aber nicht mit Apple insbesondere, sondern mit Volkswagen. Noch genauer mit dem Volkswagen-Chef Herbert Diess, denn der hat gemeint, dass er skeptisch ist, dass Apple ein eigenes Fahrzeug rausbringt. Gut, der muss es auch sagen. Der muss ja seine Aktionäre und seine potenziellen Käufer beruhigen, dass sie ja nicht das Geld sparen für ein späteres Auto, das vielleicht irgendwann mal kommen wird und oder eben nicht. Er meint, dass das für Apple ein viel zu grosser Kraftakt ist und dass sie, wie man an der WWDC gezeigt oder gesehen hat, sich auf die Software konzentrieren und die an möglichst viele Hersteller ausliefern. Nach meinem Gedankengut oder so, wie wir Apple kennen oder kennengelernt haben über die letzten vielen, vielen Jahre, Apple wird da sicherlich mit CarPlay reingehen auf verschiedene Autos und irgendwann vielleicht ein eigenes und oder auch nicht Auto hinten nachschmeissen. Wir werden es sehen. Ich bin wie immer gespannt. Weiter geht es mit, und das mache ich eigentlich selten bis gar nie, aber heute mal wieder, einem Gerücht. Apple AirPods Pro 2. Die sollen neu, oder die sollen nicht neu, sondern wenn sie dann kommen, zumindest laut aktueller Gürchelage, welche auf Firmware-Grabbel und auf Händler-Neuigkeiten beruhen, Pulsmessung haben. Die Möglichkeit auch von Temperaturmessungen, beides für Sport sehr spannenden H1-Chip der neuen Generation drin haben, um besseres ANC zu bringen, weniger Strom zu verbreiten oder zu verbrauchen. Aufgeladen wird es über USB-C. Das ist zumindest das, was so in den Gerüchten mit drin ist. Ein Hörgeräte-Ersatz soll auch dabei sein. Und wo ist Integration? Wer interessiert ist, nachlesen. Link ist auf daily.gitok.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. Zu guter Letzt geht es zu Toyota. Und die haben ja vor kurzem ihr erstes reines E-Auto ausgeliefert. Ein Toyota BZ4XEV ist ein kleines SUV, was 2700 Mal verkauft wurde, insgesamt 2000 Mal in Richtung Europa und ein paar wenige Mal in Richtung Kanada, USA und Japan. Und was ist es mit dem Teil? Ja, Probleme. Und deshalb wird zurückgerufen. Nicht nur bei Tesla wird zurückgerufen und bei anderen Herstellern, auch bei Toyota. Das ist ziemlich hässlich beim ersten vollen E-Auto. Gleich sowas am Anfang. Toyota rät sogar, auch wenn man noch nicht viel damit gefahren ist, lasst das Auto stehen und bringt es zurück. Weil die Radbolzen könnten brechen. Und das wäre dann ziemlich unschön. Tesla ist ein gutes Stichwort. Darum geht es jetzt im neuesten Video. Es hat ein findiger Entwickler, ein polnischer, es geschafft, CarPlay auf das Tesla-Display zu bekommen. Wie hat er das geschafft? Ja, ziemlich hässlich basteln. Mit einem Raspberry Pi, einem LTE-Modem und noch ein paar Kabel etc. Konnte er im Browser, auf dem Screen oder auf der Software von Tesla das Ganze dann spiegeln. Und ja, ihr hört schon, eine totale Bastellösung. Das wäre mir zu gefährlich in so einem Gefährt. Nicht gefährlich, aber teurer wird es für Studenten, die Apple Music haben. Unter anderem mittlerweile ziehen auch weitere Länder nach. Die ersten haben ja schon begonnen. Jetzt neu darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Preise gehen nach oben knapp. Eine Währungseinheit geht es nach oben. Also wer da investiert für Musikgenuss, muss damit rechnen, dass es nächstens dann mal nach oben geht. Dann habe ich noch ein Thema. Irgendwie fehlt mir hier ein Link. Nee, hat alles geklappt, ist alles mit drin. Ich bin heute in Berlin bis und mit morgen mit einem Hersteller unterwegs, von dem ihr nächstens was hören werdet. Natürlich dann auch in der Daily. Mehr kann ich aktuell noch nicht verraten. Ich werde nach Möglichkeiten heute Abend oder für morgen um vier Uhr eine Sendung aufbereiten. Wenn das nicht klappt, habt Nachsicht. Wir hören uns bald schon wieder. Euer Pogipsi. Habt einen schönen und erfolgreichen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.